Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge Project Cars. Wir sind heute mit einem Auto unterwegs, das wir bis jetzt noch nicht im Spiel hatten. Das kam heute nämlich frisch als DLC dazu, als erstes DLC-Paket. Das erste von fünf Fahrzeugen ist der Mercedes CLK LM, den ich mir auch direkt geschnappt habe und mir gedacht habe, okay, du fährst damit eine Hotlab und lädst die auch schon direkt auf YouTube hoch. Und ich werde auch die Hotlabs zu den weiteren Fahrzeugen im Laufe des Tages noch hochladen. Wenn ich sie dann hochgeladen habe, seht ihr sie jetzt rechts unten hier verlinkt. Ich fahre mit jedem Fahrzeug dann auf dem Nürburgring GP, um da noch so einen kleinen Zeitenvergleich drinnen zu haben. Und weitere Gameplays zu den jeweiligen Fahrzeugen werde ich dann auch in den kommenden Tagen hochladen. Am Ende des jeweiligen Gameplays, auch am Ende dieses Videos, werde ich dann einen kleinen unkommentierten Part noch dranhängen, in dem ich das Fahrzeug sozusagen für sich sprechen lasse. Ein kurzer Soundcheck, wo wir uns die Sounds aus den verschiedenen Perspektiven, Onboard, der Helmkamera und der Außenperspektive nochmal anhören und schauen, wie das Fahrzeug klingt. Denn meiner Meinung nach ist der Sound mit einer der wichtigsten Aspekte bei einem Rennspiel, beziehungsweise einer Faszination zum Motorsport und zum Mercedes CLK LM. Bleibt nur zu sagen, das Fahrzeug ist sehr, sehr geil. Das Fahrzeug steuert sich wirklich sehr cool. Es ist kaum zickig, macht immer das, was man will. Und jetzt kann ich es auch umso besser nachvollziehen, warum das Fahrzeug jahrelang auch mein Lieblingswagen war. Der CLK LM fährt sich wirklich wunderbar und ich finde, er sieht nach wie vor super aus. Und entsprechend freue ich mich auch, dass das Teil bei Project Cars mittlerweile da ist. Und in den kommenden Tagen werde ich mit dem Fahrzeug wahrscheinlich nochmal auf die Nordschleife fahren. Das war jetzt die Runde auf dem Nürburgring GP. Wir sind 1.52.4 gefahren. Damit haben wir aktuell den Rekord, was die Strecke anbelangt. Und wenn ihr keine weiteren Folgen, zum Beispiel die DLC-Fahrzeuge, verpassen wollt, könnt ihr ja meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Soundcheck und wir hören uns beim nächsten Gameplay wieder. Haut rein! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.